Jo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück bei Final Fantasy 9 und wir wollen auch ein bisschen die Story weitermachen. Wir haben ja schon gelevelt, jetzt können wir auch mal mit der Story fortfahren. Also dann, ja ich werde jetzt nochmal ein paar Items kaufen gehen und dann werde ich dem ollen Lappen von Kuja mal hinterher dackeln. Und ihm einfach mal die Leviten lesen. Ein paar Stunden, äh ja, wir haben einiges an Zeit investiert. Dafür kann, ähm, kann Lily jetzt auch endlich mal ein paar Sachen beschwören und nicht nur einfach nur gut aussehen. So, äh, Zelt, ja immer einen dabei haben, warum denn nicht? High Potions, Pferd damit, Königsfedern, nö, brauchen wir nicht. So, haben wir alles. Vielen Dank, beehre uns bald wieder, aber gern noch. So, wir müssen nämlich zum Vulkan Guruk und dort ein bisschen aufmischen. Ernsthaft? Ein Mogri zum Speichern? Ja, wenn wir schon mal hier zwei Zentimeter weitergekommen sind. Wir sind ja zwei Zentimeter weitergekommen. Das muss man halt eben, ähm, auch irgendwie sich selber ein klein wenig belohnen. Find ich. Mit einer kleinen Ladespeichersequenz. So, jetzt die Frage. Muss ich hier nach oben? Ah ja, tatsächlich. Ach so, jetzt haben wir so einen kleinen Ausguck. Was ist das? Ein Ausguck. Dann sind die bestimmt hier lang gelaufen. Die Tür ist sogar offen. Man erwartet uns förmlich. Mit geöffneten Türen. Ja, wir müssen, ähm, wie heißt sie? Aiko retten. Oh ja, hat Aiko entführt. Der Olle. Der Olle. Ich finde immer noch, ne? Man muss irgendwie auch mal alle angreifen. Man kann alle angreifen. Mit L1, äh, R1 kann man alle angreifen. Wie geil ist das denn? Endlich. Und hier, man sieht, ich habe jetzt ein bisschen Kram. Ja, dann rufen wir mal. Ifrit. Ifrit klingt gut. Ich glaube nämlich, Ifrit haben wir noch nicht gesehen. Ah, schön. Endlich habe ich rausgefunden, wie man alle angreift. Und jetzt ist Juvie auch richtig krass unterwegs. Bin ich mal gespannt, was Steiner für Schaden macht. Stopp. Kann uns gar nichts. Dagegen sind wir jetzt mittlerweile in dem Leben. Oh, herrlich. Ich bin so begeistert. Und Autopotion ist halt eben echt super cool, wegen dieser Bonusaktion, die man hat. Das verprasst zwar, ähm, ja, Heilung ohne Ende. Aber das Gute an Autopotion ist nun mal einfach, dass, ähm, na, dass die Potions innerhalb des Kampfes mehr Schaden, äh, mehr Lebenspunkte heilen, als außerhalb des Kampfes. Und auch das lohnt sich halt eben massiv. Jawoll, guckt doch immer diese Oberarme an, Alter. Richtiger Bär. Das ist ja wohl ein richtiger Bär, der Ifrit, hier. Na, kriegt man schon ein bisschen Bock, ne? Den mal öfter einzusetzen. Der Vulkan Guruk. Da sind wir. Ey, es sieht aus, als ob jetzt fair gewohnt, ne? Erstmal da lang. Das sieht so aus, als ob dieser Weg nicht richtig wäre. Doch, muss er wohl. Boah, gibt's hier einmal mehrere Wege, das wäre ja auch ekelhaft. Ja, okay, also es gibt hier auf jeden Fall Sackgassen. Das ist ja auch sehr schön. Das macht uns natürlich das ganze Spiel super angenehm. Vor allem, wenn man sich dann halt eben total verfranzt, den gesamten Weg zurücklaufen muss, an die ganzen geilen Random-Kämpfe. Das ist halt eben so ein bisschen das, was ich an Random-Kämpfen, äh, an den Random-Fights nicht mag. Moment mal. So, Anschlag. Damit der Brunnen benutzt werden kann, muss erst der Schalter nach unten gelegt werden. Tura vom Volk der Taipaner. Brunnen benutzt werden. Auch irgendwas? Ach joa, klar. Also, fast 10.000 Gilder, sage ich ja nicht nö, ne? Das lasse ich mir doch gerne mal beschenken. Okay, irgendwo ist hier also ein Schalter. Äh, was war das? Was war denn das jetzt gerade? Ich hab nur so einen Schatten gesehen. Ich dachte, der Boden bricht auseinander. Ich hab mich hier, ich hab... Wie kommt dieser Dino hier rein? Bist du ver... Wie? Ja, bist du eklig, oder was? Toxin-Arten. Und ich hab auch überlegt, irgendwas reinzupacken, was gegen Gift hilft. Aber nein! Vielleicht sollte ich mal hier, ähm... Mein E-Schwert, Feu-Gar, draufwerfen. Weil ich glaube, dass Feu-Gar... ...ne mega coole Angelegenheit gegen das Fiend ist. Wenn es mit Toxin um die Ecke kommt. Hm, irgendwie nicht so. Ero-Poste. Ach, Ero auf Vivi ist nicht so schlimm. Das heilt ihn ja sogar. Finde ich gut. So, Feu-Gar war, glaube ich, jetzt nicht so geil. Naja, geht so. Non? Ne. Aber tot ist er trotzdem. Aber das sah gerade irgendwie so aus wie schwupp einfach ein Schwarzloch gesaugt. Kampf zu Ende. Nice level up. So, aber... Der olle Sidan hat irgendwas. So, weg mit den Krankheiten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage. Wo darf ich hier jetzt runter? Fangen wir hier? Ach so. Das ist der Brunnen. Moment. Komme ich da jetzt einfach so dran? Okay. Äh. Ja, okay. Dunkelschweif. Was macht denn jetzt hier der Dunkelschweif? Gleich neuer Gegenstand. Gleich prüfen. Hier ist es nicht. Ist es vielleicht eine Waffe? Das wäre ja cool. Ich gucke einfach mal unter den Items. Ich meine, da findet man ja alles. Da. So, eine Wurfwaffe. Effektiver als... Ah, okay. Damit kann man durch die Gegend werfen. Oder man kann es durch die Gegend werfen, weil man Bock drauf hat. Jetzt bin ich da. Ach, hier geht es noch runter weiter. Oh, richtiger Irrgarten hier. Und alles voll durcheinander. Was haben wir hier? Der Eierkittel. Der Eierkittel klingt ja schon so ein bisschen wie... ...etwas, was man den Zauberern anlegen kann. Ja, tatsächlich. Aber bringt nicht so viel. Er erhöht die Abwehr auf jeden Fall ordentlich. Ja... 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 Ja, nee. Oh, nee, du. Die hier aber noch... Was? Das sieht so aus wie so ein Seil, was runterhängt. Aber ich kann es nicht benutzen. Das sind aber nicht die üblichen Schwarzmagier. Was sind das denn für Viecher? Ja... Also ich glaube, Todesabt. Das klingt ja sehr einladend. Das klingt in der Tat wirklich sehr einladend. Ja, komm. Dann mal versuchen wir es mal mit Blitz. Ich habe gehört, Geister mögen keinen Blitz. Ja, komm. Aber das meine ich. Die hauen so Damage raus. Und wenn die dann halt eben hier mit Autopotion sich selber direkt heilen können, dann erspart uns das halt eben eine Aktion, die wir mit den Gegnern machen können, um Vita zu casten oder solche Spielereien. Und das ist schon nicht verkehrt, tatsächlich. Warum lieber einfach mal allen Vita geben. Ähm, Autoposen. So, bringt das was? Ich hoffe es doch. Piu, 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 piu. Einen haben wir besiegt. Oh nein. Das habe ich aus Versehen bei Lily Angriff gemacht, obwohl ich eigentlich wollte, dass sie Dunn und Steiner angreifen. Ne, war ja. Dann, das wird schon irgendwie. Guck mal, jetzt machst du Autopotion und effektiv hat der Gegner nur 6 Schaden jetzt in diesem Kampf gemacht. Finde ich geil. Finde ich super, super gut. So, Steiner schlägt einfach ins Gesicht. Und Ende. Ey, Moment, das Schwert kenne ich doch irgendwie. Das hat doch Titus und einen Fancy 10. Gleich zu Beginn, oder nicht? Oh, Opal und Topaz. Da müssen wir auch gleich mal gucken, ob die Lily damit nicht irgendwas machen kann. Voll geil, spektakulär. Ne, sie kann leider nichts damit machen. Schade. Ja, super spektakulär. Spekulatius ist das. Okay. Oh, es ist nervig. Ich hasse Random-Kämpfe. Ich freue mich wieder auf ein Action-Kampf-System. Und es sind wieder die Lappen. Hmm. 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 Was ist denn jetzt eigentlich mit Steiner passiert? Warum stand der denn da gerade so? Warum hat der denn gerade so komisch blau geleuchtet? Wisst ihr das? Warum konnte man Geister nicht heilen? Ach Mensch, André, kommen wir doch nicht mit solchen Dingern um die Ecke. Ja, du hast natürlich recht. Eigentlich kann man Geister heilen. Zumindest wenn es... Ne, Untote kannst du heilen. Geister, glaube ich, sind da weniger getroffen von. Ich weiß nicht, ob Geister als Untote zählen. Schon ein bisschen schwierig. Das war Atmos, genau. Hast du richtig erkannt? Atmos ist hier ein Aufruf oder eine Beschwörung. Okay, da kann ich auch nicht lang. Oh, hallo du! Was bist du denn für ein kleiner Freund, du? Ist ja Freund oder Feind? Ich glaube, die sind Freunde. Ich glaube, das sind Freunde. Die sehen schon so freundlich knuffig aus. Die sehen aus, als wollen die knuddeln, die kleinen... Die kleinen Kaka-Gus hier. Was ich heftig finde, ist, wie viel Schaden Steiner kassiert hat. Hat Steiner keine Autopotion? Die müsste doch eigentlich auch Autopotion haben. So, einmal Grillhähnchen bitte. Toll. 1100 Schaden. Lilly macht das besser. Ich bin ja schon zufrieden, dass du überhaupt triffst. Aber jetzt macht das gefälligst richtig. Nee. Der Steiner hat nämlich keine... krasse Magie. Alter, wie viele Lebenspunkte haben denn die? Ey, der hat doch locker irgendwas um die 10.000... Einer von denen hat locker 10.000 Lebenspunkte schon wieder hier. Ey, fuck you, ey. Seht ihr, ich hab eine Stunde gelevelt. Ich habe eine Stunde gelevelt und irgendwelche fucking Trashmobs, die irgendwas um die 12.000 Lebenspunkte haben, kommen hier um die Ecke und machen einen auf dickes Ding. Ja, das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Und da geht einfach die Heilung ins Nichts. Ja, aber... Nein, nein, du brauchst nicht leveln, das sollte reichen. Ja, am Arsch. Nein. Es war so klar, dass es wieder auf Steiner geht. Es war so klar. Die gehen immer auf den mit den wenigsten Lebenspunkten. So, Phönixfeder ist drauf und sofort wird Steiner wieder umgematcht. Jede Wette. Natürlich. Und wieder geht die scheiß Phönixfeder ins Nichts. Silly kann sich nicht konzentrieren, Alter. Ja, natürlich. Wieder eine Attacke auf alle. Oder auf Steiner. Ja, auf alle natürlich. Auf alle. Und wieder geht diese scheiß Heilung ins Nichts. Och, komm, fick dich doch in dein Popo selber, du. Sorry für diese Ausdrücke, aber es kotzt mich einfach nur an. Seit dem letzten Dungeon, ja, fühle ich mich einfach von jedem Schritt, den ich hier gehe, von dem Spiel einfach nur noch verarscht. So, ich meine, ich habe ja gar kein Problem damit, dass ein bisschen der, ähm, na, der der Schwierigkeitslevel angeroben wird. Aber ich saß anderthalb Stunden vor der Tür. Ich habe sie dann acht Level-Ups gedrückt. Ja, jedem Einzelnen acht Level-Ups. So, nur um jetzt hier bei so einem Piss-Trash-Mob, ja, der hier aus dem Nichts angedackelt kommt, einfach aus dem Leben geschlagen zu werden, wo ich schon wieder 500, ähm, ja, Tränke rausfeuere, wofür ich nicht mal einen adäquaten Ersatz bekomme, weil mehr als High-Tränke gibt es hier in so einem Scheiß-Spiel anscheinend nicht zu kaufen. Es ist so ein Beschiss an jeder Ecke. Lilly, äh, kann sie nicht konzentrieren. So, ja, okay, hab's verstanden. Dann verdrück dich gefälligst aus der Party und lass irgendjemand anderen nützlich sein. So, das, das, drei Viertel des Spiels ist die, kann die nichts anderes machen außer Heilung. Das war's. So, jetzt kann sie mal mehr, jetzt kann sie sich nicht konzentrieren. Kleinen Prinzesschen, Alter. So, und wer auch immer auf die Idee kam, dass es eine geile Idee ist, dass man Äther nur, nur im Kampf einsetzen kann, oder was? Nee, kann man nicht. Nochmal Glück gehabt. Zu früh, zu früh rumgewütet. Alter, 4000 fucking Lebenspunkte hat der Typ, ja? Und die werden ihm ausgesaugt, als ob der mit Stufe 1 hier durch die Gegend läuft. Hat der überhaupt Auto, äh, Dingsbums? Nee, der hat ja nicht mal Auto-Potion. So, dann war's. Der macht jetzt Konter und Exorzismus. Das ist mir einfach echt ein bisschen, ein Stück weit zu blöd, mit dem... Er hat ja nicht auch Konter gelernt, wenn es da ist, Konter. Mit dem komme ich einfach nicht an die... Nee, Punkte dann. Aber... Vier Punkte dann brauche ich. Damit er Gift und Aller hat. Bei Gift und Galle ist insofern ganz gut wegen, ähm, Schutz auf Vergiften. Also vom Stärkebonus habe ich jetzt auch noch nicht so viel mitbekommen. Dann nehmen wir das doch lieber ab. Und geben... Wir geben ihm lieber auch sowas wie Gift und Galle noch dazu. Ein komischer Typ erscheint. Die Attacke ist sehr effektiv. Äh, sehr nervig. Ja, sehr nervig. Einen wunderschönen guten Abend, Onkel Lomm. Mein Gutes da. Äh, 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 äh. Da kriegt er nämlich nochmal einen Shoutout, der gute Onkel. Schaut auf jeden Fall auch bei dem guten Typen rein. Der spielt gerade Legende von Zelda. Minishing Cap auf den Gameboy Advance. Richtig gut. Ich schaue auch immer wieder nach Möglichkeit rein bei dem guten Herrn. Wie ist es? Katastrophe ist das hier. Das ist ja wohl... Also, Final Fantasy 9 ist ein super geiles Trollgame. Ein richtiges Trollgame. Nerd-Zeitalter, grüß dich. Ach Mensch, und der Ben ist hier. Wie läuft's bei dir? Ja, 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 genau so läuft's. Anders kann ich das nicht ausdrücken. So, hier können wir noch links lang. Da waren wir noch nicht. So, nimm diese Hütte. Hä? Was ist hier? Erst als es den Schalter dreimal bediente, tat sich etwas. Okay, ich habe noch keinen Schalter gesehen, aber ich weiß mittlerweile, dass ich einen Schalter benutzen soll. Dämonenhaare. Sag mal, wie machst du denn, ähm, einen schönen Shoutout für Onkel Lohm, sodass oben direkt das nette Herzchen erscheint? Das will ich auch. Ähm, es gibt einmal, äh, das mit dem Shoutout, äh, mit dem Herzchen ist dieser Befehl. Also, Slash Shoutout. Damit, ähm, erscheint dann oben dieses Herzchen für den, für den guten Onkel. Oder für den, den da halt eben hinter dieses... Tschüsschen! Hm. Hinter diesen Shoutout machst. Genau, der ist relativ neu. Ist jetzt seit, keine Ahnung, drei Monaten. Ich glaube, seit Oktober oder so. Ist der erst, ähm, ist der erst bei Twitch als Funktion hinzugefügt worden. Weil die Leute halt eben sich lieber eigene Shoutouts, ähm, geworfen haben. Und ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, einfach auch die eigenen Shoutouts reinzupacken. Deswegen habe ich hier, ähm, na, einmal dieses Shoutout mal rauf, ne, von meinem kleinen Bot. Und dann halt eben mit dem Link. Und dann sieht man halt eben, was er als letztes gespielt hat und so weiter. Das finde ich halt eben mega cool. Und dann nochmal den Twitch-Shoutout, damit man auch gleich sagen kann, oh, da ist der, ähm, das Herzchen. Das Herz, der Herz-Button zum draufdrücken. Hm, hm. Genau. So läuft das. Weird. Habe ich noch nie gesehen. Dann muss ich den Stream-Element-Shoutout rausnehmen. Oder den Twitch-Shoutout als Multicommand. Also der Multicommand ist schon besser. Also ich mach das auch mit dem Multicommand. Komm, fuck it. Einmal draufhauen und gut. Liebe. Liebe. Aiko hat mich lieb. Wenn's manchmal Tränen gibt. Dann kommt Dufti und wirft dir dieses scheiß Spiel ins Gesicht. So doll hat er's lieb. Du machst auch nur noch die Twitch-Shoutouts. Ja, ich mach beides tatsächlich. Einfach, weil ich's irgendwie ganz cool finde, beides zu haben. Ich möchte nämlich auch mal lesen, was die Leute gerade gespielt haben. Klicke will ich's auf Herz. Jetzt. So. Aiko erfolgreich vergrault. Und dann steht dann nur Retro und weist richtig, ähm, was? Er ist noch da. Der Aiko ist noch da. Das freut mich. Ah, guck mal, da ist, da, oh, guck mal, da oben ist ein kleines Plüschtier. Das wird gleich gekocht. Marshmallow? Äh, Marshmallows. Mogris schmecken bekanntlich nämlich nach Marshmallows. Merkt euch das. Wenn ihr mal einen Mogri seht, aufspießen und übern Grill. Angriffsvorteil? Ja, das nehm ich doch gerne. Wie Schutz. Ja, okay. Ist halt das Gefühl. Ich zog halt fast nur Retro. Und dann meistens so Zeug, ähm, wo das richtig... Wie Schutz. Nee, also nicht mit mir hier. Mit mir hier jetzt nicht. Da hab ich ja überhaupt keinen Nerv drauf. Diesen Bockmist. Weißt du, da levelst du stundenlang? Nur um hier von diesem Spiel so verarscht zu werden. Das ist so zum Kotzen. Die ganze Zeit. Seit... Seit dieser Kuja-Feste. Ist dieses Spiel einfach nur noch ein riesengroßer Troll. Es drückt dir förmlich ins Gesicht. Junge, du bist scheiße gelevelt. Geh mal was tun. Geh mal grinden, Kollege. So, dann gehst du grinden. Nur damit dir das Spiel 5 Meter weiter sagt. Ha! Meint ihr, das war alles? Nee! Ach, guck mal. Aber jetzt haben wir mal einen Schmock-Shop. Das ist doch so, wenn du so mal was guckst. Willkommen in Final Fantasy 9. Ja, das ist echt so. Ich meine... In den alten Final Fantasy-Teilen... Wusste man einfach, okay... Ist der Gegner nicht mit 5 Schlägen und ähm... Oder mit 2, 3 Rotations durch. Ey, dann musst du dich einfach nochmal hinsetzen. Level nochmal 10, 10, 15 Stufen. Alles ist gut. Hier ist es halt eben so... Du kriegst erstmal ins Gesicht. Sagst dir, alles klar, ich gehe erstmal 2 Stunden leveln. Ein Level zu 2 Stunden. Gehst in den Dungeon. Und dann sagen sie dir ja wieder so... Nö. Einfach mal Schlag ins Gesicht. Komm. Habe ich keinen Bock drauf. So 5 Meter weiter. Gleich wieder das nächste Level-Gebiet. Und dann natürlich ganz fair... Dann ganz fair... Gibt es natürlich super viele Erfahrungspunkte. Nämlich genau 10. Oder so. Damit es sich so richtig gelohnt hat. Moment, hier kann ich aber auch mal ein Zelt nutzen. Zum Fettenhaus. Guckst du doch gleich mal ein Zelt. Zelt, Mogri-Shop. Das ist ja zu freundlich. Ja, eine kleine Trinkpause. Aber gerne doch. Ich trinke auch für euch. Gar kein Problem. Aber nur Wasser. Oder ist diese durchsichtige Flüssigkeit etwas anderes? Richtiger Motivationsschub. So 10 Erfahrungen. Ja, ja, klar. Das ist halt eben für den japanischen Markt gedacht. Ach was. Bei Final Fantasy 5 muss ich mehr gründen. Ja, klar. Bei Final Fantasy 5... Ich sag nur Osmar. Ja, danke. Gut, dass du mich schon mal vorwarnst, Aiko. Dann weiß ich jetzt zumindest schon mal, was ich nicht mache. Ähm. Final Fantasy 5, der Grind ist real. Ja, zum Schluss, ne. Zum Schluss ist Final Fantasy 5 halt eben ein riesengroßes Grindfest. Aber es ist mir egal. Ich werde jetzt kurz in die Pause gehen. Und meine Freude in die Welt hinaus schreien. Bis gleich.